Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Massagepistole aus dem Hause Tautronics. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Massagegerät für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur Massagepistole werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Insbesondere bei Sportlern ist so ein Massagegerät sehr, sehr beliebt, was jetzt die Entspannung von Muskeln anbetrifft. Allerdings kann sie natürlich auch einfach so von Freunden des Massagegefühls verwendet werden. Praktisch ist, dass du hier einige verschiedene Geschwindigkeitsstufen einstellen kannst, um eben die Massageintensität so zu haben, wie du es an dem Tag gerne hast. Manchmal vielleicht ein bisschen schneller, manchmal vielleicht ein bisschen langsamer. Preislich finde ich interessant, was hier aus dem Hause Tauotronics geboten wird, würde ich mit Blick auf die Ausstattung und den Lieferumfang als ein faires Angebot für eine Massagepistole bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich die passende Massagepistole ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Massagegeräte auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Vorteil ist, dass sie sehr leicht und transportierbar ist. Kann man, wenn man ins Fitnessstudio geht, auch sehr, sehr einfach zum Beispiel mitnehmen. Außerdem leise in der Anwendung. Das würde ich auch als Vorteil bezeichnen. Lange Akkulaufzeit, das kann sich durchaus auch sehen lassen. Leistungsstark mit 20 einstellbaren Geschwindigkeiten. Und das ist schon ordentlich. Insgesamt betrachtet, wie ich finde, ein faires Angebot für eine Massagepistole. Ob es für dich das passende Massagegerät ist, kannst du alleine am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zur Massagepistole aus dem Hause TaoTronics. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Alles Gute und einen angenehmen Tag. Ciao. Ciao.